ja und hallo und recht herzlich willkommen zurück hier zu gas station simulator der gehnter der krokodil ja wohl ach immer dieser dreck hier das ist doch nicht mehr normal hier werkstatt sind auch schon wieder zwei und der kumpel ist auch schon wieder am ausruhen sofort autos reparieren gehen aber flott du fauler sack du gehst gefälligst mal hier an dings heute danke also schwer sein so leitung haben sie auch keine mehr ja ja immer bedient euch jetzt ist der kumpel abgehauen ich drehe durch schlimm schlimm ich muss ja alles alleine machen wenn ich es nicht als selber mache dann wird das nix hier habt ihr hier schon ordentlich weg gefüttert naja es geht so aktuell nur schoko da ist mir sehr leid also stimmt gar nicht aber ich will den schokolade werden weil ich so viele habe davon ich habe mich überkauft ja hier habe ich heute nicht so richtig drin hier funktioniert ein wenig so richtig ein kuscheltier für dich jawohl zwei kuscheltiere für dich ein bisschen haben jami essi essi warum kuscheltier was willst du mir so viel kuscheltier und hauptsache ich kriege gold hier hauptsache geld kommt rein hauptsache ich habe das so ein gefühl dass mein flow heute nicht so richtig da ist aber nice day nice kakaday was ist mit der werkstatt das nur noch zwei kunden ist doch aber da wo ist der penner macht der ganze zeit werkstatt einer ok alles klar arbeitet sehr gut sehr gut ich muss das kontrollieren ja muss mal statistiken führen überwachungskameras brauche ich auch oh leute ihr frisst echt nicht schlecht hier sei euch ja was denn brille oder was out of brille oder wie alles da hier weiß nicht was ist was sollte noch haben aber jetzt geht man nicht ab dem sack ich muss mal jetzt hier putzi putzi machen die werte dame vom welt wartet auch schon bin schon da bin schon da bin für das feuchtfröde hier immer zu haben aber nur ein paar stunden hier naa überstauber ganz schnell muuuu spritzi spritzi alles spritzi 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 nimmst du mal deine quanten bei der Seite dankeschön ein dreck hier ich saß euch man dass wir auch mal richtig sauber und freigestaltet ja sand ja kein problem genau waschen waschen anlage haben wir alles im griff hier weil sie direkt hier mal wechseln das nämlich gleich voll auch wieder und die erdboden verschwinden weil man ploppen die bestimmt mal auf irgendwann dann liegen ja mindestens 40 50 säcke rum ich werde ich aufräumen kasse sind ja auch schon wieder vier ich drehe durch aber kumpel kann jetzt mal wieder machen ja du hast sie genug ausgerott reicht langsam die die kasse wenn ich nämlich weiter auf streichen geben reiche streiche machen soll ja schön werden hier so was ich habe mich bespritzt weissem zeug hochfregimentiert hier mein geschäft muss ich ja schon mal sagen ach so sprit wollte ich noch bestellen sonst haben wir es bald kacke offen hier alles wieder und mal jimmy extra für dich kass dich und eine ganze siebschaft war es kein gesellschaftliches leben du hast überhaupt nichts um es einfach nur der feld warum ist die dolle ist bereits kommt noch keine platzwunder gehst du jetzt mal die jimmy ich hause dich ja ich hab die bestimmt erwischt jimmy alter jeder hasst jimmy schwör so ich wollte jetzt hier ich wollte jetzt pinseln nein weiß bitte weiß bleibt bestimmt sehr lange weiß hier bei dem ganzen staub und sand kein problem so dass ich das doch schon mal vier annehmlich aus gucken wir mal wir machen diese dinger hier wieder braun braun ist mit meine lieblingsfarbe übrigens weiß ich wusste sollte ich euch noch mal so informieren darüber so sehr gut na bitte guck mal das sieht doch schön aus hier na bitte guck mal das sieht doch so so viel zu tun hier so wenig zeit kraftstofftank ist niedrig jahre gleich los am besten jetzt los weil sonst auch das sonst kann ich die kunden nicht bedienen kraftstoff bitte ohne ende kraftstoff bitte die habe ich doch gar nicht gepinselt sie schon fertig man weiß es nicht man munkelt nur aber etwas anderes hier okay dann sind wir hier tatsächlich schon wieder fertig das riecht furchtbar ja ja so der tank die sie sollte jetzt auch gleich kommen ja okay der ist da dann häng mal dran deinen zapfen hier so sie konnten ja nicht mehr tanken dann gehts jetzt los frischer tank nur fünf euro heute der liter schlag zu solange es noch so günstig ist ja extra vorbestellt alles aus saudi arabien mache kaum gewinn ich schwöre okay das ist alles schickimicki der wartet immer noch hier na wirst du putzi putzi machen putzi putzi machen wir schnell putzi putzi dein auto gucken wir werkstatt warten auch leute die müssen wir gleich noch machen auf wei owei 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 nur zu tun wenn die mitarbeiter hier schlafen gehen müsste man noch einen anstellen dann sollte er gleich übernehmen für den anderen so habe ich das dann gut im wechsel irgendwie du hörst mich so anzulächeln bitte ich hab einen bedarf dankeschön wie sieht es aus soll ich dein auto noch ablecken oder war es ist nio hallo ist jetzt mal langsam ja vielen dank danke verschwinden sie bitte noch eine minute hier drin und ich werde kotzen schnauze ist wieder losgeritten auf ihrem kaloppel fährt ihr imaginäres kaloppel fährt jetzt geht mir nicht auf den sack hier dann macht er weniger dreck aber muss man nicht ständig auswechseln ja aber noch was anderes zu tun mann 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 wir aus der werkstatt sind schon abgefahren leider oh mann keine produkte mehr aber auch nichts mehr weil es verbraucht jetzt aktuell aber hier wir haben doch alles da hier ist doch kein problem morgen war ich fertig repariert ja auch durch ihn jetzt nämlich aus ich kenne mich aus was hast du noch in bären gekämpft hat sie auch das ist schön und ich glaube er oder sowieso so dass wir wasser dieses öl schön getroffen guck mal perfekt im mundo da waren wir ja mal platz so dass das noch umfährst und die nächste tante jahr an der waschanlare heute wird euch fröhliche angelegenheit da drin so richtig schön nass in der wüste kann man das gut gebrauchen das stimmt nicht mal schlecht so machen wir dann auch mal wieder auch schickt hier ja nice ne oder voll geil so typisch können jetzt auch mal wieder hier ein bisschen arbeiten rassig aus wirst wieder tanken und du machst mal autos reparieren und du gehst mal bitte schlafen essen wir brauchen essen und trinken was kaum was da gerade aktuell ich fiel zumindest mahlzeit so mal abkassieren hier oder die donuts weg wird er so viele doch nach dem haufen platz weg in meinem links wollte ich jetzt hier mit meiner maus mäuschen spielen wahrscheinlich aber nicht bei dem da so nehmen wir mal hier schrubbeln und schrabbeln kein problem ist alles kein problem ja was denn was denn was ist denn du wieder los ist schon wieder kein Eis da oder was noch mal selber erfüllen bitte gibt's doch wohl nicht so alles wieder da es ist alles zu genüge da für euch jungs ja ja nächste bitte rauchen ja ja oder was auch immer das ist so schnupftabak oder so die machen das doch immer die amerikaner aber nicht kleine kinder anhalten unterwegs mit dem spielzeug habe überall meine augen ein trinkgeld dann mach ich mal ab zu deinem bruder ja 35 35 mark trinkgeld kommen wir sofort putzi putzi machen so du hast ja was vor ist auch eine party oder was sehr gut dann gehen wir noch mal schnell ach so tor da müssen wir auch noch die stellung annehmen lass mir mal durch hier so die stellung machen wir eben noch und dann sehen wir uns in der nächsten folge auch wieder f2 play e gemeint so so hier kann man dann mit a wie er ist ja geil habe geklimpert ah ja erstmal bestellung ah klimper man ist da wir hatten hier so viel bestellt der fürchterlich der will der will der will er will ist nicht da der ist woanders im zombie spielen oh nein oh nein mach mal hin dass du raus kommst schnell wir sehen uns in der nächsten folge geht gleich direkt hier in der nächsten folge weiter mit den kombatoren von dem schulbus bis dann tschüss bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann